Hallo zusammen, hier ist wieder euch Schla und schon wieder für euch in Battle for S.O.D. unterwegs. Und zwar gibt es heute eine weitere Folge von meinem Collection Update. Und dazu habe ich ja wieder mein schickes Add-on, hier All the Things. Und wir haben wieder einiges gesammelt über die letzte Woche. Wir sind jetzt insgesamt bei 98,75% und brauchen noch 715 Items. Und lasst mich mal kurz spicken. Denn letzte Woche waren wir bei 98,52%. Also haben schon ganz gut was gemacht. Und dementsprechend waren wir da bei 845 Items. Also wir haben über 100 Items die Woche wieder an Transmog und anderen Sachen zusammengesammelt. Und das ist denke ich mal ganz ordentlich. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal so rein, was ich die letzte Woche geholt habe. Also in Classic hat sich noch nicht so ganz viel verändert. Das sind immer noch diese 6 BOE Items, die ich jeden Tag noch am Ausschau halten bin, ob sie denn mal im Aha sind. Aber in Red of the Lich King hat sich einiges geändert. Und zwar fangen wir mal hier bei ECC an. Da bin ich ja jetzt im Moment 10er nur noch am Laufen. Im HC brauche ich jetzt nur noch 8 Items. Das ist ganz gut. 10er, also im 10er HC 8, im 10er normal sind es jetzt nur 17. Ja, da habe ich jetzt noch nicht groß gefarmt. Aber ich war mit ein paar Chars hier in den Wattel Dungeons unterwegs. Und vor allem in der Prüfung des Kreuzfahrers ist ganz gut. Da brauche ich jetzt insgesamt nur noch 2 Items. Und das ist mal C und im 25er das gleiche tatsächlich. Heißt, die haben das gleiche Aussehen. Und ich hoffe, ich kriege die jetzt dann irgendwann mal, dass wir die Instanz abschließen können. Und wo es auch gut aussieht, ist hier in Ulduar, da brauche ich insgesamt noch 3 Items. 2 von Bossen, also heißt einmal hier von der Versammlung des Eisens und von Hodir. Und ein Trash-Drop. Heißt, ich muss jetzt halt nur noch bis zu Hodir rein und muss nicht mehr den ganzen laden. Man ist ganz angenehm. Mimiron dauert immer relativ lang, Wesax und Jok muss ich halt jetzt auch nicht mehr machen. Heißt, hier wird es dann auch langsam ein bisschen kürzer. Und Naxxramas ist eigentlich auch nicht so schlecht. Und zwar brauche ich da eigentlich nur noch von Kalthusat im 10er ein Item, so ein Dolch. Dann einen Random-Drop im 10er, der bei allen Trash-Droppen kann im 25er auch einen Trash-Drop. Also das muss ich mal gucken, wann ich das großartig fahre. Dann sind es jetzt insgesamt noch 45 Items bei Red of the Lich King. Das geht eigentlich. Da haben wir wieder einige Sachen gut gemacht. In Kataklysm ist es immer noch die Musikrolle. Die habe ich leider wieder nicht gekriegt. Die kann ich ja nur mit einem Schaf haben. Und dann hier in Myst of Pandaria, seht ihr, es sind weniger Instanzen geworden. Es sind insgesamt nur noch 19 Items. Und zwar habe ich, Dings fertig bekommen, Mugushan-Gewölbe. Da habe ich jetzt alle Items. Dann im Terrasse des endlichen Frühlings ist es immer noch dieser eine Gürtel, der bei zwei Bossen trocken kann. Den habe ich leider immer noch nicht gekriegt. Aber hier in SOO habe ich richtig abgeräumt. Mir hat ja noch ein Teil im Mythic gefehlt, das habe ich bekommen. Und ein paar im HC und NHC. Und ich habe, gut, ich war auch mit ein paar Twings drin, muss ich an der Stelle sagen. Und habe da ein bisschen gefarmt. Und habe irgendwie alle anderen Items fertig bekommen. Ich dachte eigentlich, mir fehlt auch noch eins bei den Dunkelschamanen im NHC-HC. War ich mir relativ sicher, da habe ich heute reingeguckt. Und irgendwie muss ich das, weiß ich nicht, auf einem Zweitaccount bekommen. Wenn ich jetzt nicht so aufmerksam war. Ich habe das dann teilweise parallel. Ich habe ja zwei Accounts. Bin ich da gelaufen und habe dann, ja, das Zeug mitgekriegt. Ich kann euch das zeigen. Ich habe den auch gerade, und hier nebenbei bin ich ein bisschen was am Verkaufen. Hier unten seht ihr es. Ist jetzt aber hier für die Aufnahme ehrlich gesagt nicht relevant. Jetzt machen wir wieder aus, dass die Aufmerksamkeit hier ist. Ja, jetzt muss ich SOO wirklich nur noch im LFR zu den Dunkelschamanen. Und das Schöne ist, die Leute, die nicht Transmog farmen, die wissen das vielleicht nicht. Aber SOO ist halt die Instanz, die mit Abstand am längsten dauert von allem, was Instanzen angeht im alten Content. Ich habe mal mitgestoppt. Alleine bis zu den Klaxis brauche ich 35 Minuten. Und ich glaube, wenn ich den kompletten Laden mache, kommst du da nicht unter einer Dreiviertelstunde hin. Es ist jetzt nicht so, dass die Bosse, dass es so lange dauert, die umzuhauen. Ich bin mit meinem Main ziemlich gut equipped. Also ich habe eigentlich soweit Max-Gear, 480er Item-Level. Und kann eigentlich die Bosse soweit One-Shotten. Aber du hast so viele Story-Events drin. Du hast den ersten Boss, wo dann immer diese Blubs wieder spawnen, wo du dann zigtausendmal umhaust. Der zweite Boss buggt oft rum und resetet. Beim dritten musst du ein Story-Event machen. Beim vierten Boss musst du die ganzen Trash-Mobs machen und danach haust du ihn um. Das Portal wird erst gestellt, wenn Jaina quasi ihr Story-Dialog fertig hat. Und selbe gesagt, das hast du dann bei Galakras auch, wo du dann erst die Kanonen machen musst. Dann darfst du wieder drei Minuten warten, bis die Türme offen sind. Und das zieht sich halt so durch, ne. Und Klaxi hast du ja da noch, die ewig dauern und die Schätze dauern ewig. Und wir haben da bei den ganzen hinteren Bossen noch Items gefehlt. Ich musste halt jedes Mal komplett im Normal von Anfang bis Ende durch, im HC von Anfang bis Ende und im Mythic von Anfang bis Ende. Das hat halt einfach über zwei Stunden gefressen, alleine für diese eine Instanz. Und das ist halt jetzt gut, dass das komplett wegfällt, ne. Das habe ich halt jede Woche gemacht, teilweise auch mit mehreren Chars. Und jetzt ist es halt echt schick. Jetzt brauchen wir nur noch dieses eine Item aus LFR, wo du dich halt rein queuen kannst, drei Bosse machst und fertig ist. Also das saved mir ziemlich viel Zeit, ne. Hier die fünfmalen Instanzen mache ich im Moment nicht. Da hatte ich ja schon mal im letzten Video was zu gesagt. Dann Wallots of Draenor. Da brauche ich jetzt noch einmal im NHC quasi zwei Items. Das ist nicht so viel. Und Moment, hier im HC brauche ich jetzt noch drei Items, ne. Also das geht echt klar. Mythic brauche ich gar nicht mehr. Dann Schwarzfels Gießerei sind es hier noch drei im NHC. Hier sind es noch einige Bosse. Neun Items insgesamt im HC und im Mythic fünf. Also da müssen wir da noch ein bisschen rein. Hochfels könnte ich vielleicht jetzt mal die nächste Zeit fertig kriegen. Und Höllenfeuer Zitadelle. LFR ist es jetzt nur eins. Normes sind es zwei. HC sind es auch zwei Bosse. Und Mythic sind es noch vier Bosse. Also das geht auch. Da kommen wir langsam voran. Und das wo ich halt aktuell so ein bisschen am neuesten angefangen habe, ist ja hier Legion. Und das Marktgrüner Albtraum hat sich glaube ich gar nichts geändert zum letzten Mal. Ein LFR. Ach doch, ich habe glaube ich den letzten LFR Loot gekriegt. Dann brauche ich jetzt bloß noch einen Drop im LFR, also der beim Trash droppt. Mal keine Ahnung, wie ich den LFR Trash farmen soll. Die Trash Items tue ich nach hinten anstellen, weil du die eigentlich durchfarmen kannst. Ich mache erstmal die Sachen, die eine ID bedürfen. Im Normal habe ich glaube ich die Woche gar nichts gekriegt. Brauche ich immer noch drei Items. HC ist es halt die Xavius Schultern und einen Trash Drop und eine Mythic Trash Drop, Egenov und Xavius Schultern. Wobei die Xavius Schultern kannst du ja auch gambeln auf der Windika. Also da muss ich mal gucken, ob ich das mache. Sobald ich meine Schuhe von der Windika habe. Dann Prüfungen habe ich glaube ich gar nichts gekriegt. Da sieht es noch so aus wie letzte Woche. Mythic habe ich ja weggekriegt, aber hier brauche ich nur einige Umhänge aus dem NHC und aus dem HC. Da hat sich nichts ergeben. Nighthold brauche ich jetzt noch drei LFR Loots. Dann brauche ich nur noch von Krosos. Quasi hier, was ist denn das? Handgelenke. Und ja, zwei Items dann aus dem HC. Also Nighthold haben wir vielleicht auch bald weg. Dann grab mal, sind es jetzt hier aus dem LFR noch zwei. NHC brauche ich noch sechs Items. HC fünf. Und im Mythic sieht es jetzt gut aus. Da brauche ich jetzt nur noch den Mightkolben, den man in jeder Schwierigkeit looten kann. Und die Hosen beim zweiten Boss. Jetzt muss ich glaube ich für die Quest, dass ich nicht lüge, an Brennendronen. Hier, ich glaube ich muss die Woche genau nochmal die Might killen. Und dann würde ich es so machen, dass ich nur noch ihn töte und versuche den Kolben in den anderen Schwierigkeitsgraden zu bekommen. Weil für Toss, für die hinteren Bosse brauchst du halt eine Gruppe. Und ich versuche halt möglichst die Sachen ohne Gruppe zu machen, weil du dann den Loot teilen musst mit anderen Leuten. Weil du ja hier keinen, ja, weil du ja hier keinen normalen Loot mehr hast, sondern auch diesen Legacy Loot Modus. Da musst du ja den Loot dann blöderweise ein bisschen teilen mit anderen Leuten. Genau, und was ich dann die Woche noch ganz gut gefarmt habe, war einmal die Geschichte hier bei Anthorus. LFR brauche ich noch relativ viel, sind acht Items. Da war ich nur mit einem Chart drin, mit Main. Aber, wo ich ganz gut was gefarmt habe, ist im NHC. Also ich war die Woche mit drei Chars Anthorus, NHC, HC und Mythic. Also neun Anthorus-Rands bin ich gelaufen, halt auch mit Gruppen immer. Dann mit einigen Leuten aus dem Stream auch, war eigentlich ganz lustig. Aber wenn du an einem Abend neunmal Anthorus läufst, du kannst den Laden nicht mehr sehen, ich sag's euch. Also das werde ich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Intensität machen. Das Gute ist, ich brauche jetzt im NHC nur noch die Sichel und bei Agrama zwei Teile. Also kann ich mich eigentlich direkt hochporten und die zwei letzten Bosse machen. Gut, ich brauche den Zonen-Loot noch, aber den werde ich mir irgendwann mal hoffentlich günstige Maharschießen. Ne, ich hoffe es zumindest. Im HC brauche ich denselben Zonen-Loot noch und noch vier Bosse. Und im Mythic brauche ich nur noch Argus mit den beiden Sicheln. Also heißt, im Mythic kann ich mich direkt hochporten, Argus machen und im MHC quasi auch. Und im HC muss ich halt nur so ein paar Bosse legen. Also da habe ich jetzt einiges wieder dazu gekriegt. Vor allem, ihr müsst bedenken, hier muss ich halt definitiv mit einer Gruppe rein. Und da muss dann halt auch einiges an Loot abtreten. Beziehungsweise, wenn du Glück hast, geben dir halt die anderen Leute, die mit dem Run sind, ihre Items. Und ich habe auch das eine oder andere gekriegt. Und 5-Mann-Dungeons war ich auch ein bisschen unterwegs. Und zwar irgendeine Instanz habe ich abgeschlossen. Ich glaube, Court of Stars habe ich abgeschlossen. Da habe ich einen Umhang gekriegt. Da habe ich jetzt schon mal eine 5-Mann-Instanz weniger, ne. Mal gucken. Genau, und dann Invasionspunkte. Da waren wir nicht unterwegs. Ich habe noch bei den World-Bossen, habe ich einen gemacht. Wo haben wir den? Den Chim oder so heißt der. Der müsste jetzt hier irgendwo dabei sein oder auch nicht mehr. Also den habe ich auf jeden Fall abgeschlossen. Da habe ich auch noch ein Item gebraucht. Aber anscheinend ist der jetzt hier gar nicht mehr in der Aufzählung drauf. Oder ich sehe ihn jetzt halt bloß nicht. Genau, und diese Woche, heute ist ja Mittwoch, wo ich das aufnehme, war der BFA-World-Boss wieder da. Mir hat nämlich nur einer gefehlt, den Nasiata. Und da hat mir ein blöder Dolch und ein Stab gefehlt. Und ich habe den heute mit Chars zugeschmissen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Chars ich drin war, aber mit sehr, sehr vielen. Und habe dann endlich die zwei Teile gekriegt. Jetzt brauche ich keine BFA-World-Bosse mehr, weil das ist auch so ein bisschen ein Zeitfresser. Weil du musst immer eine Gruppe suchen, die muss dann halt voll werden, dass du die alten World-Bosse da umhauen kannst. Das macht ja eigentlich keiner mehr, außer er will irgendwelchen Transmog haben. Oder er hat irgendeinen komplett neu-equipten Char, der halt von den alten World-Bossen noch was braucht. Aber die habe ich zum Glück weg. Jetzt muss ich bloß bei den Legion-World-Bossen immer gucken, weil die in der Rotation sind, wann die richtigen da sind, dass ich die halt noch mitnehmen kann. Aber zum Glück brauche ich die BFA-World-Bosse schon mal nicht. Genau, also Dungeons haben wir jetzt wirklich einiges nochmal dazugekriegt. Und ich war auch in den anderen Bereichen aktiv. Ich brauche jetzt in Kalendor nur noch dieses Deckmatrosenhemd. Ich habe nämlich endlich die Quest mit einem Twink gemacht. Auf der Blütmotus-Insel, das war eigentlich gar kein Stress tatsächlich. Und ich hatte hier die blöderweise mit dem Main schon gemacht. Und normalerweise, wenn du die Quest schon gemacht hast, kriegst du das Transmog gut geschrieben. Weil Blizzard erkennt, okay, du hast die Quest gemacht, deswegen kriegst du das Transmog. Das Problem ist, in der Quest kriegst du eine Kiste und aus der Kiste kriegst du das Transmog. Und das erkennt das Spiel dann nicht an und dann musst du es nochmal machen. Dann konnte ich es mit dem Main aber nicht mehr machen, die Quest. Weil ich es ja schon irgendwann damals zu Wattle oder so gemacht habe. Oder zu Berlin Crusade. Und es da noch das Transmog-System nicht gab. Und jetzt musste ich einen Twink rauskramen und das nochmal alles frei questen. Gut, hat eine Viertelstunde oder so gedauert, als es ging. Östliche Königreiche, da brauche ich immer noch den Morose. Den, ja, habe ich letztens ein bisschen gefarmt. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile auf Morose 35 Tries. Der hat eine Chance von 1,5 Prozent, dass die Quest droppt. Also, mal gucken, ob ich demnächst mal Glück habe, dass ich sie bekomme. Draenor müssen wir noch das Zeug kaufen, das blieb gleich. Und die Sachen sind auch gleich geblieben. Also, da hat sich auch nichts geändert, tatsächlich. Haben wir leider auch nichts gekriegt. Ach ja, genau, ich habe die Quest in Berlin Crusade, hatte ich ja noch offen, da gab es eine Questreihe mit den Sehern. Ich habe mit dem Twink auch die Seher hochgebastelt und dementsprechend die Questreihe in Berlin Crusade gemacht. Deswegen ist das jetzt auch weg. Also, wir haben jetzt nur noch Kalendor-Östliche Königreiche. Und dann geht es schon mit Renor weg, weiter. Also, Berlin Crusade ist weg, Wattle ist weg, MOP ist weg, Cutter ist weg. Also, da wird es langsam schon weniger. Es sind jetzt nur insgesamt 30 Items, also wird langsam übersichtlich. Und ich glaube, ich habe auch einen Teil hier aus Nassiatar gekriegt. Es waren insgesamt sechs Boss, jetzt sind es noch fünf. Ja, also es geht voran. Übrigens, bei Factions, seht ihr, habe ich jetzt nur noch zwei drin. Es waren insgesamt drei. Die Blutziegel-Bukaniere haben tatsächlich gezählt, wenn ich es mit einem anderen Charme mache. Das heißt, für mich, ich muss jetzt einmal die, ja, hier den Stamm der Wildherzen auch mit einem anderen Char quasi noch hochbasteln. Weil mit dem habe ich ja die Gorlogs nach oben gebastelt, ne, auf ehrfürchtig. Und kann ja nicht gleichzeitig die Wildherzen auf ehrfürchtig bekommen, weil die sind jetzt hier auf Hass erfüllt, ne. Und dann muss ich mal noch gucken, ob ich selbiges dann noch mit den anderen Fraktionen mache, dass ich die alle fertig habe. Da muss ich mal schauen. Genau. Also kriegen wir das hier doch fertig. Ich dachte nämlich, dass das ein geblocktes Ding ist und dass da das Add-on blöd ist. Aber da man das mit Zwingst anscheinend auch machen kann, passt das ja. Gut, und dann schauen wir jetzt mal in den anderen Dingern rein. Dungeon-Browser habe ich nichts gemacht, der Folge auch nichts. Erweiterungsfeatures. Da hatten wir noch ein paar Garnisonsinvasionen gemacht. Da brauche ich jetzt tatsächlich nur noch einen Umhang. Dann Buildings. Da haben wir nichts gemacht. Hier hatten wir was gemacht. Und zwar brauche ich jetzt nur noch 16 von diesen Anhängern von, ich weiß nicht, es sind glaube ich über 200. Ich müsste mal nachgucken, wie viele es genau sind. Moment, das kann man ja hier umstellen. Show reminding things. Genau. Es sind 244 Follower und 228 habe ich. Du kannst halt jeden Tag leider nur einen auswählen. Also, sprich, zieht sich das immer so ein bisschen. Mal gucken. Ich habe jetzt vorhin irgendwie wieder über 20 Chars durchgelockt und zwei bekommen. Also zwei, die mir noch gefehlt haben. Das Problem ist halt, umso mehr ich hier von weg habe, umso schwieriger wären die letzten paar zu holen. Und das mache ich halt auch mit den ganz verschiedenen Chars, die ich habe. Genau. Das hatte ich ja gezeigt. Die Quest habe ich noch offen. Okay, ja, da ist es halt nicht mehr so viel. Einen Umhang hier noch und ich muss halt Muradin noch finden. Und irgendwas hatte ich hier mit dem Twink, glaube ich, auch noch gemacht. Mir fällt schon gar nicht mehr ein, was ich alles so die Woche gemacht habe. Jetzt muss ich mal gucken. Das habe ich auch noch gefarmt gehabt, aber den Kolben leider immer noch nicht gekriegt. Mit verschiedensten Chars. Die Invasion war leider nichts drin. Und ich war auch diese Woche beim Angelwettbewerb hier und habe versucht, den Fisch hier zu kriegen. Den kannst du beim Angelwettbewerb bekommen, beziehungsweise auch den zu gewinnen. Und ich hatte 39 Fische, wo es geendet hat. Man braucht wohlgemerkt 40 Fische, um quasi den Angelwettbewerb zu gewinnen. Ich hatte 39 Fische und dann haben halt, ich glaube, 50 Leute EU-weit müssen gewinnen. Dann ist es halt zu Ende. Das war ein bisschen schade, dass ich da, ähm, ja, das nicht hatte. Jetzt wird gerade gefragt, ob ich mit einem Hochbergtauring geangelt habe. Nein, ich habe mit meinem Main geangelt, weil ich mit dem das Transmog-Zeug haben wollte. Und das Bittere ist, ich habe nebenbei noch mit einem zweiten Account Dungeons gespielt und habe halt immer wieder ein bisschen Zeit zwischen dem Angeln verstreichen lassen, weil ich halt auf dem zweiten Account am rumklicken war. Also ich hätte sicher gewonnen oder relativ wahrscheinlich gewinnen können, wenn ich halt mich auf eins konzentriert hätte. Aber naja, gut, ich brauche eigentlich gar keinen Transmog vom Gewinnen, sondern nur, ähm, hier diesen Fisch. Und eventuell, wenn ich halt Angeln wieder reinnehmen wollen würde, das habe ich ja mal rausgenommen, die, ach, warte mal, verschiedene, die Angelrouten, ähm, da gibt es halt dann auch noch Geschichten, die man da mitnehmen könnte. Ja, das ist ein bisschen unfair. Die Hochbergtauring, die können anscheinend manchmal mehrere Fische rausziehen und das zählt halt blöderweise beim Angeln auch mit rein. Keine Ahnung. Das ist, das muss ich schon sagen, ist ein bisschen unfair tatsächlich. Irgendwas war hier bei Erweiterungsfeatures auch noch, was ich abgeschlossen habe und mir fällt es ums Verrecken nicht mehr ein. Aber vielleicht ist ja der eine oder andere von euch dabei, der beim letzten Video gut aufgepasst hat, der sagen kann, ah, Taylor, du hast doch das und das jetzt fertig gekriegt. Ich weiß es leider nicht mehr. Ist jetzt schon, äh, zu lang her. Ach ja, genau, hier war es. Strangleston Fishing. Ich dachte mir, ich fange diese Sonderfische nochmal, aber irgendwie habe ich hier schon 100%, ne? Also, verstehe jetzt nicht mehr so ganz genau, warum mir das noch angezeigt wird. Aber es wird angezeigt, also, keine Ahnung. Das versuche ich auf jeden Fall noch wegzukriegen. Genau, dann wären wir da wieder durch. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen mehr davon wegkriegen kann, beziehungsweise, ob ich mal Morose die Woche kriege. Das Deckmatrosenhemd, naja, das werde ich nicht fahren. Ich glaube, das, das schauen wir mal, ob wir uns irgendwann mal günstige Maha, ja, steigern können. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich vergessen habe zu sagen. Es war bestimmt irgendwas. Ich bin, ist schon spät, Leute. Wir haben fast eins. Also, seid gnädig mit mir. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Taylor. Bis dann. Ciao.